hallo liebe tiefste freunde zu einer neuen ausgabe von anno 1800 ja wir sind weiter mit unserem kautschuk zu gange ich baue jetzt hier mal einen zweiten schoner damit die produktion und lieferungen hier nicht in stoppen geraten ein schiff ist schon unterwegs nach cap trelawney und das zweite wird es hier gleich dann ja dieselbe route begehen so um dann ja hochräder zu bauen das ist das ziel falls jemand nicht weiß warum und weshalb hochräder brauchen wir für unsere ingenieure ist alles parat soweit bis auf die kautschuk geschichte und dann haben wir das nächste gut die zufriedenheit erfüllt würde ich mal sagen genau auf dem weg dann richtung kaffee der film ja auch noch so jetzt muss ich noch mal schauen sekunde mal ja passt genau gut ich würde sagen wir machen dann mal hier weiter sonst für unsere ingenieure weiß es gar nicht haben die doch du bist schon mal passt wunderbar da brauchen wir hier so ein paar neue hin so gut jetzt haben wir schon die kaffee ist das nächste genau aber jetzt haben wir erst mal das thema hochräder angehen hier ist die fabrik kostet uns nachhalt 1200 unterhalt junge 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 das wird teuer werden aber da müssen wir durch da jetzt nix sie den strom ein sind sie neugierig ach die brauchen noch strom halt mal stopp 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 zieht die bremse ja die brauchen auch noch strom richtig genau wobei ich jetzt den strom hin wir befinden uns in bester gesellschaft wo baue ich weiße mit dem strom haben wir das schon immer gemacht pflegen die bauern zu sagen aber die wissenschaft wird den ganzen alten schlick schon bald kräftig aufwühlen da brauche ich dann was auf naja ich weiß schon wie ich muss hier ein elektrizitätswerk setzen damit die mit dem strom versorgt werden kann man es auch hinsetzen kurz überlegen schiff vom stapel gelaufen okay mal schnell wieder zurück nach die neue welt weil dann kann der mal wieder den kautschuk auf satteln wo bist du denn da einsatzbereit von hohen genau wo ist kautschuk da lust habe ich worden genau annehmen so dann ist ja schon beim laufen zurück nach kapitel lode so ich habe mir gedacht wir machen jedes viertel hin für die ja für die elektrizität die frage ist jetzt nur die müssen den zug der noch hoch setzt der muss dann hier hoch fahren und hier rein der braucht auch noch mehr platz über die sorgen so auch mehr kapazität warte mal kann man das hier hochsetzen ist ja eigentlich genau deshalb mal hier hoch das sind die suppenküchen das passt soweit das geht doch okay so und so und jetzt den strom machen wir wir können doch hier noch ein paar straßen hinsetzen oder oder nicht das ist ein bisschen tricky dafür setzen wir mal hier hin würde ich sagen oder ich bin nicht zu weit rein weil das muss ja nicht sein wenn er nicht dahin muss machen wir hier noch eine straße runter wie weit geht denn der er geht bis hier hin sehr gut genau und dann machen wir das hier dahin würde ich sagen so genau und jetzt bitte die schienen einmal hier hoch wenn es geht und dann hier rüber leute so und dann hier runter wenn es geht so ist er angeschlossen ja fehlende ware öl alles klar so die frage ist jetzt nur die wir müssen ja noch ein bisschen öl hier an weil auf dauer glaube ich wird das nix wo ist denn hier öl das war echt ein wenn du was suchst ist das immer wieder schwierig hier ne wo ist öl das ist auch in der alphabie sortiert hier glaube ich ne kann doch nicht sein warte mal das glaube ich bin ich hier echt im falschen film diese ort offenbart eine reihe ungelöster gleichung ja ja keine panik ich möchte wissen wie viel öl wir haben kann ich das irgendwo sehen hier die züge fahren hier alle dann machen wir hier noch mal eins hin dann würde ich sagen machen wir das hier hin da geht nicht anders alle vier können wir nicht hin machen oder doch würde gehen kann aber nur drei schütteln inspektion oder kann ich das nicht verschieben ihr schiff ist von der überfahrt zurückgekehrt doch das geht perfekt genau dann können wir hier noch ich glaube die können ja durchfahren gell genau dann haben wir hier noch einen Anschluss das war es aber dann glaube ich mit dem öl ne ja auf der insel ist dann das öl vorbei ja die fahren jetzt hier runter ist klar so wo ist das schiff los naja ok ne passt so moment jetzt muss ich hier noch kurz dafür sorgen dass wir ein bisschen aufleveln da haben wir wieder keine mehr ja oje äh ingenieure haben aber einige ja genau pass auf wir machen das so wir werden hier was ist das hier hier wollte ich weitermachen genau darauf hätte ich jetzt nicht da geht es weiter so mein streben verfängt sich zumeist in träume warte mal das geht doch einfacher auch oder so so schon noch ein paar bauern aufleveln moment wo geht es denn da weiter hier oben ähm so so genau ich hoffe dass es passt genau gut ja es ist eine stelle da muss man jetzt wirklich aufpassen dass man sich ja nicht verzettelt ja die sind hier fleißig am arbeiten sehr gut da fehlen noch ein paar angestellte sehe ich gerade ja das ist das problem jetzt naja aber die werden gleich hier eintrudeln hoffe ich bringt einen auf die falschen gedanken so ich habe inzwischen zeit mal ein paar sachen wieder gekauft für unser museum da wollte ich nämlich auch noch weitermachen natürlich ist klar weil ja macht das sonst keinen sinn so machen wir hier mal weiter würde ich sagen und zwar haben wir hier ein ein roman einen antiken und hier noch ein schild ich glaube das kommt ganz gut passt an unsere sammlung würde ich sagen und ich glaube hier habe ich auch noch was oder ja Hirsche rot wäre besser gesagt gut müssen wir mal aufschreiben was ich schon alles habe nicht dass ich Sachen doppelt kaufe naja gut dann wird das auch schöner die Insel hm naja so ganz sind wir nicht so zufrieden hier hier nein das war falsch das du solltest du solltest noch nicht runter so äh so hochkommen ja ja so genau jetzt sind wir soweit als nächstes müssen dann die Holzfäller dran glauben die müssen hier weg die werde ich dann umsiedeln die werde ich dann hier oben irgendwo hin plastern hier irgendwo weil ich ja Richtung Küste ja ausbauen möchte unsere Stadt haben wir ja gesagt so jetzt schauen wir nochmal kurz in die alte Welt zurück ich es liegt nicht an mir ihre Verbrechen zu kennen sondern allein die passende Bestrafung zu finden mhm Unterhaltskosten ja das brauche ich sie sind eine geradezu vielschichtige Persönlichkeit so das kann man mal mitnehmen würde ich sagen der Beleg ist Flaggschiff steht zu Diensten hat er das zusammen genommen ah du sollst das doch mitnehmen hallo die alte Dame ist Verlass komm nimm das auf und das dem Schauhauf an die Segel und Brassen so genau dann fahren wir mal bitte hier hin die hat auch mal ganz nette Sachen hier mhm ne brauchen wir dazu nicht das hat er hier mhm ja diese Icons sind ganz interessant hier weil man da ein bisschen Geld sparen kann so jetzt wieder zurück würde ich sagen haben wir jetzt endlich Kautschuk hier Tja das ist die Frage das Fenster nimmt rapide ab ok wenn wir gebaut haben wahrscheinlich Kautschuk steigt sehr gut jetzt vielleicht nur noch der Strom ne und dann müsste es eigentlich hier flutschen hm haben wir hier noch Öl ne haben wir nicht ne dann müssen wir vom neuen der neuen Welt was machen ja die müssen wir jetzt installieren hilft alles nichts gut neue Welt schauen wir uns mal an wo wir das herbekommen am besten diese Geschichte mit dem Öl ja wir brauchen jetzt natürlich eine Insel die einigermaßen noch Platz hat für sowas schauts denn hier aus ja die wäre natürlich sehr interessant das ist mit der hier und die hat ja auch noch Platz hier für unseren Ölhafen mhm das ist ein bisschen hier verwinkelt ne auf den einzelnen Inseln ist auch blöde aber hier drüben könnte man es machen hier das wäre eine Schau 1 2 3 4 5 6 7 hatten wir hier 7 Stück mhm interessant das wäre eine Idee ne das könnten wir mal probieren hier auf dieser Insel ähm wie war jetzt das mit dem Öl Ölhafen genau einmal so Öllager machen wir hier hin so und jetzt die Raffinerie natürlich ist klar äh schauen wir mal ob das geht hier äh die Menschen lassen sie hochleben geht das so was fehlt jetzt hier hm ich hab's gewusst da fehlt natürlich jetzt wieder Fenster und Stahlbeton äh Captain Laune würde ich ganz schnell ein Schiffchen finden wo bist du denn? da und zwar nimmst du mal bitte ein paar Fenster mit und äh Stahlbeton und und auch noch ein bisschen Stahl würde ich sagen und dann fährst du bitte in die neue Welt da fahr mal zur Kaffeeinsel nicht so schlimm wir müssen schauen dass die hier unbedingt ja weiter ach du sollst da hin so so wo ist jetzt hier diese Geschichte wo hab ich denn da stören sie sich nicht an den Dampfwolken mhm was braucht der für Stahlbeton wir tun okay dann haben wir genügend äh ne 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 da müssen wir noch ein bisschen was tun hier warte mal das ist genau den kopieren wir und setzen wir hier hin und den würde ich sagen da machen wir auch noch einen hin so damit wir da weiter wachsen und hier brauchen wir natürlich jetzt Arbeit da ist klar sonst wird das nix äh hm mhm Bauernhaus machen wir das am blödsten ja ich würde sagen wir machen mal was anderes wir wollen kein Ärger ja ja ich weiß ich weiß hm 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 ja außerdem lassen wir noch den grünen Schneider stehen und bauen das so außen rum würde ich sagen das ist auch ne Idee so vielleicht so so und dann machen wir das hier einfach so hm hm so und dann ja die müssen weg ist klar hm da warte ich jetzt noch ein bisschen ich möchte zuerst die da bauen würde ich sagen wir bauen zuerst nochmal mal die Bauernhäuser hier hin ich weiß gar nicht wo du hinlangen sollst vor lauter Aufgaben irre es gibt immer was zu tun hier so ja der Zug der Zug so ich wollte doch nur schnell die Straße hier erweitern ja so naja halt mal gebaut so ja genau perfekt das reicht aber nicht wir müssen weitermachen halt war wieder falsch ich muss hier unbedingt ein bisschen aufpassen mit den Feldern hier hier das sind nämlich das sind nämlich sechs Stück immer so jetzt kommen wir langsam hier richtig weiter runter und hier runter und hier runter so okay so die können jetzt hoch gezogen werden nein die nicht die da du noch nicht so okay haben die alles noch oder muss ich ja wieder da wird es eng herren da hinten muss ich wieder ein Wirtshaus bauen setzen wir mal wir müssen noch ein Wirtshaus haben hier also bitte die könnten eventuell schreien ja die haben vielleicht ein Problemchen hier weil das ist ein bisschen eng da hinten äh warte mal das Wirtshaus das setzen wir mal hier in die Seite siehst du jetzt wie eine Feuerwehr aus ja die fehlt natürlich auch hier ist klar die setzen wir mal hier hin so dann haben wir was haben wir noch äh Marktplatz so genau einmal hier rum so und so und so genau die wird gebaut wie schaut es mit der Schule aus brauchen wir noch nicht oder? nein das passt soweit das ist okay so dann müssen wir jetzt hier weiter bauen äh die brauchen noch ein bisschen hier so wie es aussieht wir müssen aber eigentlich alles haben oder? eigentlich schon ja hm gut dann machen wir hier eben weiter wir brauchen Arbeiter wir brauchen Arbeiter so so genau perfekt das müsste jetzt erstmal reichen würde ich sagen äh dennoch gut gut sind wir gleich am Ende dieser Folge also ich werde in der zwischenzeit bis zur nächsten das hier umbauen ne das werde ich hier hochversetzen und dann kümmern wir uns ja um das Thema Öl auf der Karte die neue Welt weil sonst macht das keinen Sinn hier weiter genau so sieht's aus so jetzt haben wir noch vier Minus aber das wird auch bald besser werden schönen Tag auch ja ja kann ja schon mal andeuten wo ich das hinsetzen werde das Gebäude und zwar ungefähr hier würde ich sagen äh hier oben ja hier hier glaube ich geht's nicht so im Weg um hier hier oben na also in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal Tß Bis zum nächsten Mal.